Guck mal, ob 5M mir irgendwas zu bieten hat. Ich weiß nicht, soll ich wieder anfangen? Weiß nicht, muss zu wissen. Also, stopp. Eigentlich habe ich zu mir gesagt, dass ich nie wieder GTA-RP-Trolling machen werde. Aber dann habe ich das gesehen. Du bist die Frau, mit der ich bis an mein Lebensende verbunden sein möchte. Ich kann mir das nicht mehr geben. Zu viele Leute im RP gefangen. Deswegen habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Leute aus dem RP befreien. Ist auch witzig, wurde von diesem Server ungefähr dreimal per Mal gebannt, ne? Oh, ich bin hier noch im Admin-Knast. Na, hoi, moin, Kollege. Hallo. Hallo, du Ba... Ja, wie kann ich helfen? Können Sie mich hier rausholen? Bruder, ich bin auch hier im Admin-Knast. Was soll ich machen? Geil, Alter. Kannst du mir den Mund schießen, bitte? Kann ich machen, warte. Wir müssen ja auch ein bisschen RP machen, ne? Mal kurz die Hose aus, Digga. Oh mein lieber das Auto okay. Da ist ein per. Das gurl. Da ist Auto Associations. Er ist knallt. ist wieder mal gut zu hause zu sein kann man da reinfahren hallo kann man hier reinfahren kann man hier reinfahren hallo bist du tot das war jetzt aus versehen hallo ich habe ein problem und zwar habe ich 5000 hafteinhalten du hast 5000 hat er wird sich auch hoffentlich ja und wie heißt es an die customs wurde ich vdm sehr stark ja ich lebe noch aber das hier der vdm die ganze zeit herum die ganze zeit schon ja die ganze zeit bei customs der vdm der ist jetzt glaube ich weg aber der vdm da die ganze zeit danke dass du mir das erzählt ja genau gleich mal glatten auto geklaut hallo ist es vdm ich habe eine frage ist es vdm was tun wir nicht neu im rp weil mir meint jemand ich soll vdm dieses links erläuterer machen ist das jetzt vdm oder nein 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 wenn du das sagst ne ist das jetzt vdm oder ich bin neu im rp deswegen wurde gesagt soll das immer machen mit leute umraum ist das jetzt vdm ich bin neuling hallo hier der auf dem boden ist ein vdm ist jetzt einfach rp mache ich hier mit ihnen da ich mit ihnen weiter rp machen nein nein ich mache rp mit ihnen also ich werde eigentlich noch mal fragen ob das ob das akkurat war war das jetzt akkurat oder war das jetzt das geht nach oben ja okay und was wenn es nach unten geht also ich weiß nicht ob das ist ja das ist natürlich blöd dass mein auto auch hier nach oben kann gta rollenspieler ein elfjähriger fragt mich ob ich in seine gang will nein ich will nicht in deine gang dann sag ich nein er tötet mich was hat das mit rp dann sag ich mich was hat das mit rp dann sag ich mich was hat das mit rp